Könnt ihr euch an den Fall erinnern, wo das Bundesverfassungsgericht eine Klage verloren hat gegen eine Bildreporterin, weil das Bundesverfassungsgericht nicht erzählen wollte oder berichten wollte oder Einsicht geben wollte, wie das Gespräch mit der damaligen Bundeskanzlerin Merkel abgelaufen war. Und man wollte sich also das Ganze unter dem Deckel der Verschwiegenheit abhandeln. Bundesverfassungsgericht war verklagt worden, hatte verloren. Und es war ziemlich eindeutig und ziemlich klar, dass die da verlieren mussten. Und was haben die aber gemacht? Das Bundesverfassungsgericht, du wirst es nicht glauben, die haben eine Anwaltskanzlei mit ihrer Vertretung in dieser vielleicht nicht ganz schweren Sache beauftragt, denn sie würden sie verlieren. Also dass sie sich überhaupt gewehrt haben, war eigentlich politisch äußerst unklug. Hatte ich ja berichtet in verschiedenen Videos, ja, politisch sehr unklug. Und also das Gespräch war unklug, sich dagegen zu wehren war unklug und juristisch kaum haltbar. Und weil das so schwierig war, haben die gesagt, da braucht man eine ganz, ganz gute Kanzlei, richtige Spezialisten. Vielleicht können die das Ding noch drehen, was ich persönlich extrem fragwürdig finde. Ja, aber gut. Aber was jetzt den ganzen noch die Krone aufsetzt an Absurdität und an Beschädigung des Verfassungsgerichts, das will ich dir in diesem Video verraten. Und du wirst es tatsächlich nicht glauben. Du wirst es einfach nicht glauben, wenn du es nicht vielleicht zufällig schon in den Medien gelesen hast. Es wurde berichtet, aber es ist jetzt nicht gerade auf Seite 1. Ja, aber du wirst es einfach, also ich habe es echt nicht, ich wollte es nicht glauben, muss ich sagen. Ich wollte es, die ganze Nummer von vorne bis hinten wollte ich eigentlich nie glauben. Aber die, es berichtet hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ. Und wenn das in der FAZ steht, also FAZ.de jedenfalls, ja, ist das hier nochmal, damit ihr wisst, auf welcher Seite ich bin. Dann wollen wir es vielleicht doch mal sagen, wir glauben es, ja, dass die vom Bundesverfassungsgericht mandatierte Kanzlei, warte mal, ich will das mal für euch ein bisschen hier markieren, damit ihr seht, kann ich gerade nicht, gut, egal, kann ich nicht markieren, warum auch immer. Aber dann machen wir es einfach größer. Die vom Bundesverfassungsgericht mandatierte Kanzlei berechnete nach Informationen der FAZ hier, ja, und jetzt hier im Betrag 33.528,26 Euro brutto. Und die gehen hier von einem geschätzten Stundenhonorar von 300 Euro aus. Dann hat die Kanzlei 110 Stunden an dieser, ja, die schreiben auch hier, mit diesem doch übersichtlichen, um nicht zu sagen einfachen Fall. Und hier ist nochmal das Aktenzeichen vom Karlsruher Beschluss. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht und euch das genau erklärt, was da abgelaufen ist, beschäftigt. Und das hohe Honorar begründete das Gericht mit der herausragenden Expertise der Kanzlei. Dann ist 300 Euro, allerdings muss ich sagen, jetzt nicht so viel. Und der eine Bedürftigkeit einer Reaktion, also quasi, die haben wir eine Speedprämie da noch mit drin gehabt wohl. Ja, wer bezahlt das Ganze? Dreimal darfst du raten oder auch öfter, aber ist ja auch nicht ganz so schwer. Da brauchen wir auch keine Expertise. Das bezahlt der Steuerzahler. Ja, die gesetzlichen Gebühren werden extrem überschritten für diesen Fall und auch das, was man aus meiner Sicht hier in so einer Sache seriös arbeiten kann. Also sorry, ich bin ja selber Anwalt und unser Stundensatz ist nicht so verschieden, sage ich mal. Ja, aber ich kann wirklich nicht erkennen, wie man hier auf 33.528,26 Euro kommen kann. Und ich kann absolut auch nicht erkennen, wie man als Bundesverfassungsgericht sich diese Blöße geben kann. Wenn das Bundesverfassungsgericht hier sich so sicher ist, hier die Informationsfreiheit beschneiden zu können, dann reicht doch eine einfache Darlegung. Können ja auch selber schreiben und im Zweifel sagen, dazu bin ich mir zu schade. Und dann kann es natürlich eine Kanzlei beauftragen. Aber wie können da diese Kosten entstehen? Also absurd. Diese Geschichte werden wir nochmal in einem Video zusammenfassen und für die Ewigkeit hier markieren. Das ist ein Trauerspiel für unser Bundesverfassungsgericht. Das steht leider in großem Einklang mit den ansonsten im Bereich Corona aus meiner Sicht auch nicht gerade ruhmreichen Entscheidungen. Ja, egal welcher Richtung man da anhängt, ob man sogar, wie ich sagt, ja, Maßnahmenbefürworter grundsätzlich. Allerdings im Einzelnen muss man genau hingucken. Das hat aus meiner Sicht das Bundesverfassungsgericht nicht gemacht, sondern es hat ganz andere Dinge gemacht. Ja, es hat sich mit der Politik zusammengesetzt und führt jetzt hier einen elenden und auch noch extrem teuren Rechtsstreit, den sie eigentlich nicht gewinnen können, weil sie das auch noch unter dem Deckel halten wollen. Also sehr, sehr traurig, ja, das Ganze aber nicht zu ändern. Wir haben ja das Verfassungsgericht, wir haben ja unsere Politiker gewählt, die haben da ihre Leute entsendet. Das sind teilweise Leute aus der Politik. Sie sind vielleicht zu lange in der Politik gewesen, vielleicht denken sie zu politisch. Vielleicht sollte man überlegen, ob das Bundesverfassungsgericht nicht doch anders künftig besetzt werden muss, ob wir wieder eine stärkere Distanz zur Politik brauchen. Ist nichts, was ich zu entscheiden habe, zum Glück, ja. Es hat ja auch Vorteile, so wie es jetzt läuft. Dadurch sind die Leute ja auch den politischen Mehrheiten in gewisser Weise verhaftet und damit auch dem, was wir unter Demokratie ja verstehen. Aber die Presse, kann man nur sagen, die Presse sieht nicht gut aus.